Hallo, ich möchte euch heute hier noch ein Schnittmodell zeigen von einem Skoda-Motor. Der Motor ist Baujahr 1973. Es ist ein Viertaktmotor mit 1100 Kubikzentimeter und einer Leistung von 45 PS. Das Getriebe ist ein Vierganggetriebe und es besitzt auch einen Rückwärtsgang. Wenn ihr es etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch da ran. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Schnittmodelle, wenn ihr euch die ansehen möchtet. Also viel Spaß beim Ansehen nach Bildern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017